Bullhorn Lift ist nur etwas für Verrückte. Wer zum Geier lässt sich Haut unter der Nase wegschneiden, um die Lippen zu vergrößern? Das denken viele. Ich erkläre heute warum es bei einem Bullhorn Lift geht. Mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin Plastischer Chirurg aus Wien und wir reden heute über das Bullhorn Lift. Bullhorn Lift denkt man vielleicht, wenn sich jemand chirurgisch die Lippe vergrößern lässt, dann ist das schon relativ eine wilde Sache. Lustigerweise geht es beim Bullhorn Liften relativ selten um die Lippe zu vergrößern, sondern ein Großteil der Patienten will einfach die Strecke zwischen Lippenrot und Nase verkürzen. Das heißt, ich habe fast keine Patienten, die jetzt irgendwie eine unnatürlich nach oben gezogene Lippe haben wollen. Das würde auch gar nicht funktionieren, weil dann der Mundschluss nicht mehr möglich ist, sondern die Patienten, die das haben wollen, klagen schon seit langem über einen sehr langen Abstand zwischen der Nasenwurzel und dem Lippenrot, den man ja auch mit Unterspritzung sehr schwer verändern kann. Die Patienten haben meistens schon Lippenunterspritzung gehabt, die Lippe hat quasi projiziert, das heißt, sie haben eine Lippenunterspritzung gehabt und einen Schnabel bekommen. Es wurde versucht mit Lipflip die Lippe zu rotieren, aber man kann nun mal eine Strecke nicht nicht chirurgisch verkürzen, sondern man muss so ein Streifchen rausschneiden. Und wie das genau funktioniert, zeige ich euch heute in einem ganz spannenden Video, einem Zeitraffer, den wir gedreht haben. Wir haben ein paar Strecken im OP länger laufen lassen, ein paar ein bisschen beschleunigt, damit wir uns nicht die ganze OP anschauen. Also wer jetzt noch Lust hat, mit mir in den OP zu gehen, bleibt dran, denn jetzt schauen wir uns das Video direkt aus der OP an. Wir starten damit, dass ein Streifen aus Haut und Fettgewebe entfernt wird. Das ist ganz wichtig, dass man nicht nur Haut entfernt. Man kann sich Folgendes vorstellen, wenn wir nur Haut entfernen würden, dann würde das Fettgewebe uns einen Druck erzeugen, wenn wir die Haut versuchen zusammenzunähen. Und deswegen sieht man hier, dass wir mit einer sogenannten monopolaren Radiofrequenz, das ist quasi ein Gerät, mit dem man das Gewebe gut durchtrennen kann, langsam diesen Hautfettgewebstreifen entfernt. Das Gelbe, was ihr hier drinnen seht, ist eben Fettgewebe, das unten an diesem Hautstreifen zusammenklebt. Und das, was wir dann am Boden oder am Rand, am unteren Rand dieser Resektion sehen, und wir werden das sicherlich noch einmal langsamer machen, ist eben dann der Muskel. Der Muskel darf nicht angegriffen werden. Also wir wollen weder den Muskel resezieren, also entfernen, wir wollen auch den Muskel nicht zusammennähen, sondern wir wollen im Prinzip, nachdem wir das jetzt sauber und trocken machen, dann nur Fettgewebe und Haut miteinander vernähen. Das ist jetzt hier nochmal im Zeitraffer, seht ihr, wie wir das alles sauber gemacht haben. Da sieht man jetzt quasi diesen Hautfettgewebstreifen. Und wir haben Platz geschaffen und können das möglichst spannungsfrei, und das ist ja eigentlich der Trick an der Sache, möglichst spannungsfrei die Naht wieder machen. Und da wird zuerst ein Faden verwendet, der resorbierbar ist, der ist durchsichtig, wie ihr seht. Das sind Fäden, die sich von selbst auflösen. Und das Spannende, was man, glaube ich, in dem Video auch im Schnelldurchlauf sieht, ist, dass die Haut sich eigentlich schon komplett spannungsfrei aneinandergelegt hat, obwohl wir die Haut noch nicht gemacht haben. Die Haut ist jetzt dieser bläuliche oder in dem Fall etwas schwerzellfaden. Das heißt, die tiefe Schicht, die wir vernäht haben, hat dazu geführt, dass sich die Haut spannungsfrei schon adaptiert hat. Und wir müssen nur mit einem ganz, ganz dünnen Faden den letzten Schritt machen, um das Gewebe aneinanderzulegen. Und so können wir dieses Bullhornlift spannungsfrei verschließen. Und spannungsfreier Verschluss führt eben dazu, dass wir dann auch eine schöne Narbe haben. Weil was könnte das Hauptproblem bei so etwas sein, ist die Narbe. Und hier sehen wir im Verlauf vor, nach zwei Wochen, zwei Monaten und fünf Monaten, man sieht, dass die Narbe am Anfang gerötet ist, nach zwei Monaten schon ein bisschen besser. Und nach fünf Monaten, ich sage jetzt mal, nahezu verschwindet. Sie wird einfach unsichtbar. Sie bleibt immer sichtbar, aber sie wird sehr unsichtbar, weil eben dieser Wundverschluss so durchgeführt wurde, dass man möglichst spannungsfrei das Ganze verschließt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bullhornlift ist eben ein Eingriff, den wir einerseits extrem häufig durchführen. Ich glaube, wir sind wirklich in Österreich diejenigen, die das am häufigsten durchführen. Macht mir irrsinnig viel Spaß, weil man dem Patienten helfen kann, eben nicht die Lippe unbedingt zu vergrößern, sondern einfach den Abstand, der bei vielen sehr lang ist, zu verkürzen. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt, wie immer unten in den Kommentaren hinterlassen. Und wer noch nicht den Kanal abonniert hat, sofort da oben draufklicken und vielleicht auch die Glocke aktivieren, denn wir senden zwei Videos pro Woche auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao und baba.